Patron! What up, buddy? Es ist jetzt 9 Uhr morgens und haben uns überlegt Wir laufen dann mal hoch durch die Burg Die erste Mission des Tages Das ist so richtig so ein kleiner Waldweg hier Das sieht irgendwie gefährlich aus Oh nee, ich hab schon keinen Bock mehr Das ist ganz schön steil Scheiße! Ich hab mir das irgendwie angenehmer vorgestellt Das ist echt hoch Ich fühle mich heute hier etwa mit auf Fels Wirklich Wir haben's Oder sollen wir da auch noch hoch? Jo Oh, ne Hülle Das ist ja relativ unspektakulär Ich hab das Kabel vergessen Ja Sind wir im Ernst? Ja Handy, Controller, Drohne Kein Kabel Also Freunde, wir sind hier den ganzen Berg hochgelaufen Und haben Und haben Das iPhone Kabel vergessen Für die Drohne Und ich muss den Scheißweg jetzt nochmal runterlaufen Oh Second time the day Hier ist auf jeden Fall das Kabel Geil wäre, wenn man die Drohne auch ohne irgendein Kabel bedienen könnte Warum haben die sich da noch nichts einfallen lassen Was macht der Lennart da? Na klar Er chillt auf der Bank und pennt Patron Sieht gemütlich aus hier Ich hab gerade ganz kurz hingelegt Hier du Scheißkabel So Polizei wieder auf dem Abmarsch Hat scheinbar irgendwer gesehen hier im Dorf Und fand das gar nicht mehr so witzig 4.000 Einwohner hier in dem Dorf Hat irgendein Opa gesehen Hat gesagt So Da sind zwei Jungshof gelaufen Einer mit Kapuze auf Und die haben so ein Fluggerät Was die ganze Stadt überwacht Unbemanntes Fluggerät Und dann hat er die Polizei angerufen Und hat gesagt So, das geht nicht Ich hab die genau gesehen Die sind hier in das Hotel da reingelaufen Festnehmen Der Polizist war super entspannt Er musste halt seinen Job nachgehen Und da Die Leute Die Bürger trösten So, jetzt erstmal Schwarzwälder Kirschtorte Mal runterkommen Von diesem Schock Schön so nicht Dafür müssen wir heute Abend arbeiten Also so ist das ja nicht Also wir arbeiten ja auch noch Wochenmarkt Bächlein hier Ja und da oben haben wir heute Ist klar, dass uns hier irgendwer sieht Das ist ja richtig Auf dem Präsentierteller Zwei vor fünf Aber schau, das Drohnenle doch mal. So parallel. Jetzt haben wir schon wieder Pause. Scheiße, das war halt so schlimm. Mach eine Pause. Wir dürfen hier aber nicht einfach so viel erzählen, dass die so... Nein, 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 nein. Work-Life-Balance. Work-Life-Balance auch. Und auch Eat-Life-Balance. Eat-Work-Balance ist gut bei uns. Ja, genau. Das wird bei uns ganz groß geschrieben. Das Dorfbier hier, Kettele. Chef, ich glaube, heute Abend ist auch gesorgt für die Work-Drink-Balance. Ja, die ist auch manchmal groß verhalten. Ein, zwei Bierle, wenn man hier auf so einem Event isst. Auf einem Eventle. Ich kenne nur Advent. Scheiße. Ich kenne nur Advent. So, Multitool, Chef Multitool schon wieder mit am Start. Habe ich dir das eigentlich schon mal gezeigt hier? Das ist auch nicht irgendein Multitool, sondern das habe ich auch ein bisschen hier getunt. Ja, das habe ich schärfen lassen. Aber immer good to have. So, das hätte ich auch mit dem Finger eingekriegt. Die Vlogging-Kamera ist leer. Dann haben wir uns gedacht, wir shooten das ganze Ding jetzt mit der Red. Okay, Backstage, Backstage, Backstage. Patrono! Patrono ist immer hier. Patrono ist sicher. Und an der Kamera, der Red-Kamera, Philem, GOOOOOO! GOOOOOO!